Der ist wild, ach scheiße. Jetzt muss ich gegen den Bauch gekämpft machen. Ne, der hat dich in mir hier, lol. Der mag mich halt, nicht ich. Der findet dich scheiße. Jetzt mag er dich. Blöde Däuner. So, ich habe immer noch schon mal einen Collektor. Ja, da ist er. Soll ich heilen oder helfen? Ich glaube, heilen wäre eigentlich ganz geil. Das wäre ja sexy, oder? Ich glaube, ich nehme den Speer. Oder wie du sagst. Fertig? So weit. Du wirst wie... Hä? Oh. Ah, jetzt halt. Ha! Nein! Der Heereus hat es gefixt. Was hat er gefixt? Ja, weil der hat vorher Schaden gemacht, ohne die Keule zu schwingen. Das war halt echt unfair. Blödes Mistviech. Hat er wenigstens was los hier dabei? Äh, Schlüssel, ein paar Gold, Salvia. Salvia sammle ich eh immer. Okay, also guck mal in die Kiste. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Die ist leer? Echt jetzt? Oh nein. Warum ist die leer? Ja. Ja, das ist, das ist immer, die braucht immer ein paar Stunden. Ich habe ja auch an einem Sonntag, habe ich siebenmal die Kiste aufgemacht und diesmal war ein Silber drin. Kannst dir vorstellen, wie ich in Rage-Mode gegangen bin? Schatz? Äh, wo geht's da lang? Ja, was? Wo geht's da lang? Achso, da geht's zum Hafen. Oh, okay. Mein Ausgang. Okay. Ähm. Ja, eigentlich kommst du auch alleine gut durch. Da gibt's nur eine Ratte im Weg, glaub ich. Ja. Aber dann geh ich nochmal zurück. Ah fuck, ich bin ja auch schon voll. Ja, ich muss eh nach hinten rein, ob ich... Nee, komm, ich geh so. Hier ist ne Tür. Ja, ne Traptor, die geht erst noch ein paar Minuten weg. Ja, weil der Bone Collector, ne? Der hat's ne Falle gestellt, ne? Oh nein, ich fühl mich so... Du fühlst dich so gefangen. Ja. Mit diesem Bone Collector. Ganz alleine. Finde ich gut, dass du den repariert hast, finde ich schön. Ach, aber ich glaub ich lock mich jetzt hier erstmal aus, ich trinke jetzt erstmal Kaffee. Nein! Doch. Nein! Okay, bis nachher. Das Spiel, ich hab das. flop bei dir. Ja. Und was zumachen. Tja! 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 ich hasse es mit diesen kisten respawner hast du einen lockpicker verkehrt sich was machst du keinen kaffee scheiße oh 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.